Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, noch mal ein Versuch New Hillcrest Championat und erst mal die Anmeldung. So, die wäre schon mal getätigt. Schauen wir mal, ob es diesmal alles was wird hier. Ich habe jetzt entgegen allem, was ich sonst tun möchte und mache, den Server gewechselt und bin jetzt hier auf Server 4. Mit mir rübergekommen ist doch die Maya Southluck hier neben mir. Und die Hannah, die schwirrt hier auch irgendwo rum. Die Hannah Silverhouse, ja, und auch die Karen Mysteryborn. Ja, ist auch hier. Also, von daher, schauen wir mal. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen Cut. Und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn es diesmal wirklich losgeht, ihr Lieben. Bis gleich. So, nun werden schon mal die Wettbewerbsgruppen erstellt. Es bewegt sich was. Naja gut, soweit waren wir ja heute schon mal. Also, diesmal schreie ich nicht zu laut. Also, ich schreie dann auch nicht, wenn der Netzwerkfehler kommt. So, diesmal Gruppe 3. Wen haben wir denn hier? Die Mia Darkborn, die Carla Brave Dawn, die Lena Pappyside, die Anna-Lisa Easthome, Mia Limelund, Simone Goldzeit, Monstera Highbro, Brosser wahrscheinlich oder sowas. Also, Karen ist ja auch bei mir in der Gruppe. Die hat mich, glaube ich, gerade auf Igno geschmissen. Ganz schön frech. Ja, ich bin hier. Und die Lena Catfire. Mehr sehe ich jetzt hier gerade nicht. Hier ist noch die Melanie Pinklord. Wen haben wir denn noch nicht vorgelesen? Ach, ich weiß nicht. Jetzt verschwinden hier auch gerade... Highbrook war es hier übrigens gerade, wo es mir fehlte. Es verschwinden auch einige. Es sind einige mit Igno-Liste unterwegs. Ist ja auch okay. Dann sieht man auch viel mehr. Es geht los in 30 Sekunden. Yay! Mal schauen. 10 Sekunden, 8 und so weiter. Spannend, spannend. Die Aufregung steigt. Ich bin ein Nervenbündel. Aber hilft ja nichts. Wie gesagt, ich bin jetzt hier mal ein bisschen ruhiger. Siehst du da? Und gleich schon mal der erste Fail. Ah! Und da hänge ich an irgendeinem komischen Heuballen. Und die wissen das alle scheinbar schon hier. Und kommen da prima dran vorbei. Ja, manche haben es ja jetzt auch schon zum zweiten Mal. Und ja. Nein! Aber da hat schon wieder jemand einen Baum hingestellt. Mensch! Aber für mich ist jetzt erstmal entscheidend, dass ich da irgendwie in dieses Ziel komme. So, hier über die Brücke scheinbar. Durch den Sumpf. Oh mein Gott! Die Bienen! Ah, die Bienen! Okay, also in die sollte man dann möglichst nicht reinkommen. Ich zeige euch dann mal so, wie es nicht geht. Also wie ihr seht, ich bin im Moment auf Platz 15. Ich komme so überhaupt nicht von der Stelle. Aber auch das macht ja nichts. Es ging ja jetzt nur mal darum, sich das Championat hier anzuschauen. Und da durchzukommen irgendwie. So. Kommt man hier so hin? Ja, darf man, kann man. Hier kann man sich scheinbar überlegen, wie man reiten möchte. Okay. So, jetzt hier den Berg hoch. Hoch nach New Hillcrest. Das ist ja jetzt mal halbwegs easy hier hoch. Oder Heubein. Und zwar ganz viele davon. Ach, das klappt doch hier wieder nicht. Das war doch klar. Dass ich da nicht dran vorbeikomme. Hier kann man zu einer Seite rüber springen. Das ist schon mal gut. Da kommt ein Auto und überfährt mich natürlich. Ach, die ersten sind schon im Ziel. Haben mehr. Okay, also ich hoffe, ich komme da einfach irgendwann an. So. Hier liegen dann irgendwelche... Hier liegen dann irgendwelche... Oh, linksrum. Ja, mal gucken. Was haben sie denn hier jetzt noch in den Weg gestellt? Ach du Schande. So, aber das Ziel ist in Sicht. Yay. Und das sieht nach Platz 13 aus. Jawohl. Nein, sogar Platz 12 scheinbar. Na, das geht doch. Mein Gott. So fürs erste Mal. Und für Ximena. So, schauen wir mal, wie es hier so bei den anderen gelaufen ist. Ich bin gespannt. Glückwunsch an alle. Ja, auch von mir. Und vor allem natürlich an die Gewinner, die wir bis jetzt aber noch nicht kennen. Mal sehen. Na komm. Na, es läuft noch. Die Leutchen müssen es alle noch lernen. Wir müssen alle noch üben. Yay. So, eine wirkliche Liste haben wir hier noch nicht, aber die Lena Puppyside hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die Lena Catfire ist auf Platz 2. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Olle Karen ist auf Platz 3. Yay, auch noch Medaillenplatz. Mia Lightwatcher auf 4. Carla Bravedown auf 5. Simone Goldside auf 6. Melanie Pinklord auf 7. Die Maya Lineland auf 8. Und die Antonia Orange Dawn auf 9. Und Dina Stamow Moor auf 10. Ja, die anderen kann ich jetzt hier noch nicht sehen. Aber, okay. Ich bin zufrieden. Ich konnte euch das Championat zeigen, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.